Willkommen beim ersten comic dub und zwar mit tales of elisum volum 2 ist wenn es wieder volum 2 steht ich habe auch irgendwie nirgends was von rollo nummer 1 gefunden daher ja mal schauen wie es wird und so ansonsten wünsche ich euch viel spaß mit diesem video diesem comic dub es war nicht wie ich es das genau nenne vor 500 jahren gab es ein land das nur im chaos war ein unfrussbares land wo nur der tod herrschte und die die trotzten wurden von bösen stürmen und überflutungen gequält das war ein land wo das konzept von wohlstand ausgestorben war und dann also die Yun-Wi! Das kann das nicht alles wahr sein... Kaboom! Gorbbggck! Renegiert... ashranns Kaboom... Dieg! SMASH! Ah... Ah... Oh... God... Boah... Was ist das? Soll ich das brühen oder nicht? Hoffnung ist die letzte Grenze gegen die Schrecken des Todes. Es sieht so aus als hätte es selbst in einem Land, wo nur Chaos herrscht, droht ein Limit. Das nächste Mal bei TS of Elisum, der erste Teil Nista Prolog, zusammen mit einem Riolo und einem Kanimani mit diesem Buch. Ich hoffe ihr seid auch so gespannt wie ich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Bleibt sehr mysteriös. Bis dann und ciao. Euer FrageZestman. Amen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.